Es sind jetzt vier Wochen, in denen ich effektiv zu Hause eingesperrt bin, während ein weiterer Anführer der Proteste in Panama ein Interview gegeben hat, das noch dramatischer ist als das letzte. Aber das Ganze hat zu einer Entscheidung geführt, die ich schon bei dem vorletzten Video angekündigt habe, denn die Zeit in Panama wird wohl ablaufen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zum Leben als YouTuber in Panama. Wenn Sie es verpasst haben, ich habe dazu bereits drei, vier, fünf Videos gemacht, die ich Ihnen hier, werde ich Ihnen das letzte dazu verlinken. In Panama gibt es gerade Proteste um eine Mine und um diese zu verhindern, haben sich drei Gruppen zusammengeschlossen, die das Land de facto, die Regierung dazu zu zwingen, diese Mine zu schließen. Ich habe vor zwei, das vorletzte Video, bin ich auf ein Interview eingegangen mit dem Anführer der Lehrergewerkschaft, die daran beteiligt war und habe das so vorgelesen. Das war nicht so ganz ideal und schwer zu verfolgen. Dabei ging es darum, dass er sagte, er hat den Vertrag gar nicht gelesen, gegen den er protestiert, weil 67 Seiten zu viel zu lesen seien für einen Lehrer. Er hat aber darüber gelesen und das war ganz furchtbar. Er kann aber nicht sagen, wo er was darüber gelesen hat. Das konnte er nicht sagen. Gleichzeitig wird er aber weiter bezahlt. Er erhält weiter sein Gehalt, während im ganzen Land die Betriebe schließen, die Leute nicht zur Arbeit kommen und die Bauern inzwischen über eine Milliarde Schaden im Chiriki erlitten haben. Das ist sozusagen die Kornkammer Panamas. Nun hat dieselbe Zeitung den Anführer der Indio-Allianz interviewt und das war noch verheerender. Er hat den Vertrag nicht gelesen, er weiß nicht, was drin ist, weil der ist ja öffentlich nicht verfügbar. Dann sagt er ihm aber, der steht im Internet, den können Sie googeln. Ja, hier ist das Signal schlecht, aber es ist nicht schlecht, aber nicht möglich. Ja, aber da müsste ich ein Datenpaket kaufen und bevor ich 5 Dollar für ein Datenpaket ausgebe, um den Vertrag zu lesen, gegen den ich demonstriere, das füge ich nun hinzu, kaufe ich mir lieber einen Kaffee. Das heißt, die nächste zweite große Allianz hat erklärt, sie hat der Anführer, sie haben den Vertrag gar nicht gelesen. Sie protestieren dagegen, wogegen etwas, von dem sie überhaupt nicht wissen, was es überhaupt ist. Er hat dabei auch durch die Blume zugegeben, dass seine Gruppe finanziert wird von außen. Denn die Lehrergewerkschaft und SunTracks, die Bauarbeitergewerkschaft, hätten eigenes Geld, sie aber nicht. Und es gibt gleichzeitig Bus-Shuttle, Verpflegung und so weiter. Das heißt, das wird von außen finanziert. Er hat allerdings nicht rausgerückt, wer seine Proteste finanziert. Das nächste war dann noch, dass er erklärt hat, sie werden das Land so lange geschlossen halten, bis die Mine schließt. Vorher erklärt er noch, die Regierung solle den Minenvertrag auflösen. Als ihn der Journalist aufklärt, dass es dazu keinen rechtlichen Weg gebe, sagt er, die sollen halt die Verfassung brechen. Und dann sagt er ihm, der Journalist, aber ihnen ist klar, wenn das oberste Gericht den Vertrag für ungültig erklärt, schließt die Mine deswegen nicht. Egal, wir halten so lange zu, bis die Mine geschlossen ist. Und gleichzeitig sagt er auch, sie koordinieren sich mit der Polizei, sie seien in Kontakt mit ihnen. Das heißt, die lokale Polizei tut nichts dagegen, obwohl das natürlich nicht nur ein klarer Verstoß gegen die Gesetze ist, sondern auch wirklich übles Leid auf all jene, all jenen bringt, die nicht gerade von ihrer Gewerkschaft oder von irgendwelchen Geldgebern finanziert sind, die ein Interesse an dieser Aktion haben. Darüber hinaus wird er dann gefragt, was sei denn, was passiere denn, wenn das Gericht entscheide, dass der Vertrag rechtens sei. Und dann sagt er, das wolle die Regierung nicht herausfinden. Also wir können uns selber ausdenken, was er damit meint. Im Ganzen müssen wir feststellen, dass er wie auch die Lehrergewerkschaft die Straßenblockaden aufrechterhalten, obwohl das oberste Gericht darüber entscheidet. Damit, das ist nicht anders zu interpretieren, als dass sie Druck auf das oberste Gericht ausüben wollen, eine Entscheidung zu fällen, die ihnen genehm ist. Denn ansonsten könnten sie ja anschließend nach dem Urteil wieder protestieren. Das bedeutet nichts anderes, als dass sie dafür eintreten, dass es keine unabhängige Judikative gibt und damit die Grundsätze eines Rechtsstaates aufheben wollen. Das alles während seit vier Wochen die Straßen nicht überall durchgehend, ab Santiago westlich durchgehend, aber nach Osten hin immer mal wieder befahrbar sind. Irgendwann nachts, aber tagsüber auch kann es stundenlang nicht weitergehen. Und für mich bedeutet das, dass ich effektiv zu Hause eingesperrt bin, schlicht und ergreifend durch den Umstand, dass ich Konfrontationen vermeiden muss, weil ich nicht der Typ bin, der brav in seinem Auto sechs Stunden sitzen bleibt, während fünf Leute vor mir stehen, die ein paar Äste über die Straße gelegt haben. Und ich weiß, dass dies ungerechtfertigterweise passiert. Wenn ich dann aussteige, diese Äste beiseite ziehe, dann wird das Ganze laut, dann fängt irgendwann das Geschubs an, dann fängt irgendwann das Gehauer an und dann eskaliert das Ganze weiter. Und wie ich schon mehrfach gesagt habe, eines der Grundprinzipien der Selbstverteidigung ist, dass man sich gar nicht erst in Gelegenheiten begibt, in denen man zur Selbstverteidigung greifen muss. Zumindest, wenn man dies vermeiden kann. Ich gehe auf solche Themen auch häufiger auf meinem Kanal Hopplophil ein, wo es um Schusswaffen geht und damit natürlich auch um Selbstverteidigung mit Schusswaffen. Wenn Sie Interesse daran haben, ich verlinke es Ihnen hier, den Kanal. Da wird demnächst auch wieder Neues kommen. Ich kann nur aktuell nicht auf die Schießbahn, von daher kann ich auch keinen neuen Content für diesen Kanal machen. Aber wie gesagt, auch dort wird wieder was kommen. Nun kommen wir zu dem Punkt, was das für mich bedeutet. Letzt 2020 war ich sechs Monate unter Hausarrest wegen Covid. Verlinke ich hier. Die Konsequenz daraus war für mich die Entscheidung, entweder ich fliehe aus Panama oder ich sorge dafür, dass mich eine solche staatliche Maßnahme nicht mehr stört. Nun, ich habe bedauerlicherweise den zweiten Weg gewählt und da habe dann ein Haus gekauft und in das ich mehr als die Kaufsumme in Renovierung und Anbau investiert habe. In der habe ich mir ein eigenes Fitnessstudio eingebaut. In dem Haus habe ich Vorräte angelegt. Das ist ein fantastisches Haus geworden. Ich fühle mich hier richtig, richtig wohl. Aber klar ist, auf dem Markt habe ich aktuell keine Chance, das auch nur annähernd zu dem Preis zu verkaufen, den ich in dieses Haus gesteckt habe. Das heißt, wenn ich jetzt zeitnah fliehe, mache ich ein Vermögenverlust. Das ist jetzt die große Problematik, denn hätte ich keine Katzen und hätte ich nur eine Wohnung gemietet, wäre ich wahrscheinlich schon im Flieger gesessen vor wenigen Wochen. Denn wir haben nicht nur die sechs Monate Hausarrest gehabt, während 2020, wo Panama dem Vernehmen nach laut irgendwelchen Webseiten, wie weit die stimmen, weiß ich natürlich nicht, aber die zweithärteste Regelung bezüglich Covid weltweit hatte. Nicht nur das, sondern letztes Jahr gab es bereits fünf Wochen lang Straßenblockaden im gesamten Land, weil dort die Inflation eingeschlagen hat und die Benzinpreise und die Lebensmittelpreise zu teuer wurden. Und dann haben sie damals schon fünf Wochen lang im Prinzip ihren Mitmenschen geschadet, um die Regierung zu erpressen im Sinne von ich steche mir so lange in die Brust, bis du tust, was ich will. Damals hat es funktioniert. Es lag eigentlich auf der Hand, dass es wiederholt werden würde. Und daher haben wir gerade die Wiederholung und da es gerade nicht so aussieht, als ob jetzt jeder verhaftet wird und hinter Gitter geschickt wird, der diesen klaren Rechtsbruch macht, der auch nach Artikel 27 und dann nach Artikel 38 der Verfassung nach meinem bescheidenen Verständnis ein klarer Rechtsbruch ist, nachdem dies nicht erfolgt, ist schlicht damit zu rechnen, dass es wieder erfolgen wird. Ich habe bereits erwähnt, dass die Bauern in Chiriki über eine Milliarde Verlust gehabt haben. Ich lese von Zahlen von 1,7 Milliarden oder mehr. Das alles wird Konsequenzen haben. Die Lebensmittelpreise werden zwangsläufig steigen, während gerade Zehntausende, vielleicht Hunderttausende nicht zur Arbeit gehen können, weil sie a blockiert werden, b, weil ihre Firmen geschlossen haben. All das hat Konsequenzen. Und wenn anschließend die Lebensmittelpreise steigen, werden sie wahrscheinlich wieder das Land blockieren, um die Regierung zu Subventionen zu zwingen, um das auszubessern, was sie vorher selbst angerichtet haben. Und da ich, wie gesagt, aktuell ist nicht absehbar, ist, dass die Regierung darauf hart reagiert, alle Leute verhaftet, aburteilt, die Straßensperren binnen Stunden räumt, ist damit also zu rechnen, dass sich das wieder und wieder und wieder und wieder und wieder wiederholen wird. Nun habe ich in vergangenen Videos Ihnen mal erklärt, warum ich die Proteste des Blockieren in Einzelfällen durchaus mal nachvollziehen kann. Prinzipiell bin ich für Pluralismus und ob ich nun die Ziele verfolge oder nicht, ist es völlig klar, dass in einem freiheitlichen Staat die Menschen für alles Denkbare protestieren und demonstrieren sollen dürfen. Aber es ist halt ein Unterschied, ob ich Pech habe und eine Demonstration mit 50.000 Mann läuft drei Stunden lang über der einzigen Verbindungsstraße und blockiert mich drei Stunden lang. Oder ob ich einen Monat oder zwei Monate blockiert werde von zehn Leuten, die von der Polizei beschützt werden, damit die blockierten Leute sie nicht verprügeln und sich den Straßenverlauf wieder frei rollen. Wenn ich nun also hier bin und erwarte, dass dies künftig ein- bis zweimal jährlich passiert und ich jedes Mal so vier bis acht Wochen de facto unter Hausarrest stehe, dann frage ich mich natürlich, ist es das noch wert? Und ich spare eine Menge Steuern hier. Das war einer der Gründe, hier zu sein. Ich habe mich offensichtlich wohl genug gefühlt, dass ich hier ein Vermögen investiert habe in diesem Land, um mir hier eine Zukunft aufzubauen. Aber eines ist klar, ich bin hergekommen, um frei zu sein. Und wenn dies nicht gerade passiert, funktioniert das wunderbar. Der Staat lässt mich weitgehend in Ruhe, abgesehen von Covid, lässt mich der Staat weitgehend in Ruhe. Ich kann friedlich leben, ich habe meine Freiheit. Die habe ich aber nicht, wenn Leute sich die Macht an sich reißen, die Menschen in ihrer Fortbewegung zu beschneiden. Mein Problem jetzt ist, dass ich hier so viel Geld in dieses Land investiert habe, dass ich nicht einfach morgen den Koffer packen kann. Das wäre ruinös. Und jetzt wird es noch schlimmer, denn ich muss nicht nur mein Eigentum verkaufen, wo der Preis gerade im Keller ist, sondern ein Haus mit meiner Größe lässt sich lokal eigentlich nur verkaufen, wenn es einen Pool hat. Das heißt, ich muss jetzt ernsthaft überlegen, ob ich noch ein Stück Land ankaufe und dort noch einen Pool baue, obwohl ich bereits weg will, weil ich mir durchrechnen muss, ob das wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, das Geld für einen Pool zu investieren, nur um das Haus verkaufen zu können. Das sind vielleicht Luxusprobleme, aber das sind die Probleme, denen ich mich hier stellen muss. Die Frage, wo es hingeht, habe ich noch nicht in vollem Umfang entschieden. Zur Debatte steht eigentlich nur noch die Erste Welt. Ich habe genug von Entwicklungsländern, denn das hat alles seine Vor- und Nachteile. Und inzwischen gehe ich gerne wieder in eine Gesellschaft zurück, in der ich Chancen habe, dass der Staat wenigstens ab und an versucht, sich an seine eigenen Gesetze zu halten. Das ist ein anderes Thema, dass das auch in Erster-Welt-Staaten nicht unbedingt immer passiert. Aber darüber müssen wir hier nicht unbedingt reden. Für mich stehen theoretisch drei Destinationen zur Auswahl. Eines wäre die Tschechische Republik. Wie Sie wissen, ich gehe damit transparent um, dass ich Schusswaffen-Enthusiast bin. Das heißt, das ist mein liebstes Hobby. Das ist die Sache, die mir nach meiner Arbeit, wo ich am liebsten meine Zeit damit verbringe, die, die mich am meisten begeistert, die Sache, die für mich am interessantesten ist. Ich weiß, ein sehr spezielles Hobby für meine deutschen Zuschauer, vielleicht auch ein abstoßendes Hobby, aber es ist halt nun mal so. Tut mir leid, dem kann ich nicht helfen. Also in ein Land zu gehen, wo ich diesem Hobby nicht nachgehen kann, kommt für mich daher nicht in Frage. Die Tschechische Republik hat eines der liberalsten Waffenrechte innerhalb Europas. Das heißt, dort könnte ich das. Und dann ist noch der Vorteil, dass ich eben in einem deutschen Nachbarland wäre und dementsprechend nach ein paar Stunden bei meinen Eltern sein könnte. Und das ist das, was ich gerade bedauere, dass ich meine Eltern einmal im Jahr sehe, während ich gleichzeitig weiß, dass die Zeit abläuft, die ich überhaupt mit ihnen haben werde. Das Problem bei der Tschechischen Republik ist, dass ich in der nicht langfristig bleiben will. Das heißt, ich müsste umziehen, zurück nach Europa, mich in ein Steuersystem reinfuchsen, denn da muss ich ja brav wieder alles machen. Ich muss eventuell die Sprache lernen, was nicht gerade mein Hobby ist. Sprachen sind nicht gerade mein Hobby, auch wenn ich jetzt gerade an meiner fünften Sprache sitze. Das heißt nicht, dass ich fünf beherrsche, nur der Vollständigkeit halber. Aber das alles, um in ein paar Jahren dann wieder die Koffer zu packen, ist irgendwie auch nicht besonders prickelt. Auf Madeira war ich zwei Wochen im Urlaub. Ein Traum. Ich habe mich total verliebt. Ich habe gesehen, das ist nicht ganz einfach mit Schusswaffen, aber theoretisch könnte ich wohl im Schützenverein beitreten, eine Jagderlaubnis bekommen oder sowas. Ich müsste halt ein bisschen Geduld haben, ein, zwei, drei Jahre oder sowas. Dann ginge das auch als EU-Ausländer. Wäre vielleicht eine Option, aber bei meinem Hobby ist natürlich klar, dass die USA und für mich ein attraktiver Ort sind. Das Problem wird dann halt sein, wie ich dorthin komme. Ich kann aktuell wahrscheinlich ein Visum bekommen durch den YouTube-Kanal. Entweder ein Business-Visum oder sogar ein Visum wegen außergewöhnlicher Fertigkeiten. Das muss ich noch herausstellen. Dann kommt halt wieder das Problem hinzu, dass ich erst all das hier loswerden muss. Das heißt, ein realistisches Zeitfenster für mich für die Auswanderung nach in die USA ist wahrscheinlich bei drei bis fünf Jahren. Denn wenn ich nicht wirklich ein Vermögen in Verlusten machen will, dann muss ich mir dabei eben etwas Zeit nehmen. Und da wird kein Weg dran vorbeiführen. Ich bin jetzt am überlegen, wie ich das prinzipiell löse. Hätte ich die Katzen nicht, wäre das Ganze nicht so dramatisch. Dann würde ich einfach jedes Mal, wenn die hier durchdrehen, notfalls mit einem geschaterten Boot oder Hubschrauber zum Flughafen fliegen und einfach außer Landes abhauen, Urlaub machen, was weiß ich, in die USA fliegen, bei einem Freund auf der Farm wohnen und dort von dort aus weiterarbeiten. Aber leider mit den Katzen ist sowas nicht ohne weiteres möglich. Ich rede gerade mit einem Freund, ob ich mir vielleicht von dem eine kleine Wohnung in der Stadt irgendwie miete. Ich hoffe, dass es da irgendwie eine Art Freundschaftsbonus geben könnte, weil er die Wohnung verkaufen will und die aktuell sowieso nicht verkaufen kann bei dem aktuellen Preis und bei mir weiß, dass ich die Wohnung wenigstens nicht kaputt mache. Irgendwie sowas in der Art, denn während es in der Stadt gerade nicht perfekt ist, ist dort die Versorgungslage deutlich höher. Man kann sich alles bestellen, man kann herumfahren, herumlaufen etc. Und gelegentlich, wenn ich in die Stadt fahre, schaffe ich es nicht rechtzeitig genug raus und bin dann im furchtbaren Feierabendverkehr. Oder aber ich muss lange abends dort bleiben, was dann wiederum das Problem mit sich bringt, dass ich aktuell um 4.30 Uhr aufstehe und daher recht früh zu Bett gehen muss. Das heißt, wenn ich erst um 8 Uhr aus der Stadt herauskomme, komme ich eigentlich, bin ich noch oft beim Fahren, wenn ich schon im Bett sein sollte. Also auch nicht besonders gut. So werde ich jetzt schauen in den kommenden Monaten, wie ich dieses Problem künftig löse, dass ich wenigstens bis zu meiner Auswanderung aus Panama die Situation für mich erträglicher mache. Aber eines ist klar, solange ich nicht sehe, dass der Staat Maßnahmen unternimmt, dass so etwas nie wieder vorkommt und dies glaubhaft tut und das geht eigentlich nur mit harten Strafen und davon ist nichts absehbar, das ist völlig unrealistisch, dass dies passieren wird, werde ich hier weg müssen, ich werde es nicht aushalten. Das Ganze ist natürlich nicht großartig, denn ich habe in vergangenen Videos ebenfalls, bin ich schon darauf eingegangen, was dies für die Wirtschaft in Panama bedeuten wird. Nicht nur der Verlust der Mine, die mögliche Arbitrage, also möglicherweise eine 100 Milliarden Klage gegen Panama, sondern Panama hat auch ein Downgrading bekommen in der Kreditwürdigkeit, in der Aussicht auf die Zukunft. Was bedeutet, die Refinanzierung der Schulden wird teurer werden, Neuinvestitionen werden schwerer werden. Jetzt die Blockaden. Wem kann ich denn ernsthaft empfehlen, nach Panama in Urlaub zu gehen, wenn passieren kann, dass, wenn das Pech hat, westlich von Santiago zu sein, wenn die Straßen zusperren, dass er 100 Kilometer zu Fuß laufen muss, um überhaupt rauszukommen. Wem kann ich denn sowas ernsthaft empfehlen? In gewissen Provinzen ist zwischenzeitlich, sind die Medikamente knapp geworden, der Treibstoff war aufgebraucht. Ich kann keinem ernsthaft sagen, komm nach Panama. Ich kann keinem sagen, investier hier in einem Land mit solchen Umständen. Also die Konsequenzen, die das Ganze für das Land haben werden, sind in meinen Augen horrend. Furchtbar unfassbar. Ich glaube, die Leute haben nicht den Ansatz einer Ahnung, was sie sich gerade selbst antun. Denn das muss man betonen, das ist komplett eigen verursacht. Gegen die Mine könnte man auch anders vorgehen, man könnte gegen die protestieren. Aber man muss es nicht, indem man jedem um sich herum maximal schadet und damit natürlich auch dem Wirtschaftskrieg hat. Denn wie gesagt, ich kann keinem von Ihnen, ich will mein Haus verkaufen. Wenn Sie gerne von zu Hause arbeiten und das Problem der Disziplin haben, dass Sie gerne häufig lieber Ihr Haus verlassen, als von zu Hause zu arbeiten, dann habe ich eine perfekte Lösung für Sie. Wollen Sie nicht ein Haus kaufen? Richtig schön. Kostet auch nur richtig viel, denn ich habe richtig viel rein investiert. Aber um ehrlich zu sein, das wird nichts werden. Also ich werde damit rechnen müssen, wirklich richtig viel Verlust zu machen. Aber ja, dafür habe ich mein Leben lang gearbeitet. Dafür habe ich Unternehmen betrieben, habe häufig sieben Tage die Woche gearbeitet, von acht Uhr morgens bis zwei Uhr nachts teilweise, damit ich mir im Notfall in solchen Situationen eben mich selbst wieder an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen kann. Und das werde ich dann auch jetzt wieder machen müssen. Keine angenehme Situation, aber ich weiß wenigstens, dass ich einen Ausweg habe und ich habe einen Plan nach vorne und den werde ich durchgehen. Und hier auf dem Kanal werden wir das beschreiten und begleiten. Und wenn zumindest alles weitergeht wie geplant, dann wird es auch irgendwann in der Zukunft dann mein Leben als YouTuber in den USA geben vielleicht. Und dann werden wir vielleicht ein Video machen, wie ich mir meine erste eigene Schießbahn einrichte oder irgendwie solche Sachen. Vielleicht wird es dann auch spannend. Von daher, wenn Sie es nicht verpassen wollen, möchte ich Sie einladen, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu klicken. Ich leise Sie gerne auch auf meinen großen Kanal hin, denn das ist natürlich, ich bin nicht YouTuber mit diesem kleinen Kanal. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich über den Daumen hoch und hinterlassen Sie einen Kommentar, wie, was Sie gerne ansonsten wissen wollen würden. Vielleicht lässt sich darüber ja künftig ein Video machen. Und der Channel-Partner von meinem Hauptkanal, Holy, hat gerade so ein Black Week-Angebot. Ich packe Ihnen den Link in die Beschreibung, sollten Sie daran Interesse haben, an irgendwelchen Getränken. Das ist eigentlich nicht ein Partner mit dem Kanal hier, sondern mit meinem Großen. Aber ich meine, die behandeln mich gut und dann gebe ich gerne was zurück. Wie gesagt, das war es ansonsten von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.